Hallo Micha, kannst du dich kurz vorstellen bitte mal? Ja klar, also mein Name ist Misha Sojong und ich arbeite als IT-Lösungsarchitekt bei der IBM hier in München und bin als Mitglied des ISAQB auch gerne auf der TAK 2019 hier in München und gebe heute Abend eine Keynote zum Thema digitaler Wandel und ich bin gerne im ISAQB, weil man eben solche Meetings macht und hier viele Leute treffen kann. Natürlich die TAK ist auch eine Community-Konferenz. Du gibst hier eine Keynote, wie du schon gesagt hast, eben erwähnt hast, aber erzähl doch noch ein bisschen was über die Community-Arbeit hier auf der TAK. Was verstehst du darunter? Was machst du hier insbesondere? Also das, was ich hier mache, neben dem Keynote halten, ist vor allen Dingen Netzwerken, Leute kennenlernen, mich mit den Menschen, die im ISAQB arbeiten, treffen, weil wir alle natürlich normale Berufe haben, also IT-lastige normale Berufe, entweder als Trainer an der Hochschule oder eben so wie ich in einem IT-Unternehmen, aber wir treffen uns auf solchen Konferenzen oder eben zu Vereinsveranstaltungen, ein- bis zweimal im Jahr und da tauschen wir uns aus und planen Dinge, die der Verein so anleiert. Wie unterstützt du konkret den ISAQB an der Stelle? Meine Unterstützung als aktives Mitglied vom ISAQB ist üblicherweise von der Gründe, dass ich mit Menschen, die in einer Foundation-Level-Arbeitsgruppe sozusagen das Curriculum, also den Lehrplan für das Foundation-Level ausarbeiten, ergänzen, erneuern, auf den aktuellen Stand halten. Wir in der Arbeitsgruppe aktualisieren auch die Prüfungsfragen, gucken, ob die Prüfungsfragen noch relevant sind, ob die Fragen aktualisiert werden müssen, ob es Fragen gibt, die überflüssig sind. Wir werten zum Beispiel Prüfungsergebnisse von den Zertifizierern aus und versuchen zu analysieren, ob Fragen zu schwer sind, zu leicht sind und solche Sachen. Dabei unterstütze ich, das passiert zweimal im Jahr tatsächlich in einem Präsenz-Meeting, wo die Arbeitsgruppe sich zusammensetzt und wir uns tatsächlich Auge in Auge anblicken und fragen, ob die Fragen noch gut sind. Manchmal aber auch per Telefonkonferenz, da sitzen wir da noch mal abends ein Stündchen am Telefon, mit einer Webkonferenz ist das heutzutage alles kein Problem mehr und diskutieren da die Fragen. Es gibt ja nun die mittlerweile die Version 5.0 des Curriculums, die wurde ja vor einiger Zeit veröffentlicht. Gibt das eigentlich ein jährliches Major-Update der Version oder wie oft passiert so eine Update-Version des Foundation-Level-Curriculums? Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt in dem Verein bin und die Version 5 ist jetzt in den, ich würde behaupten, in den letzten drei Jahren ist das tatsächlich von Version 1 bis Version 5 gewandert, weil am Anfang war das nicht so häufig. Wir haben inzwischen den Update-Zyklus etwas erhöht, also eng die Frequenz etwas erhöht, aber es gibt noch kein regelmäßiges festes Release-Zeitpunkt. Also wir aktualisieren das nicht zwangsläufig jedes Jahr. Im Moment, glaube ich, sind wir relativ schnell, weil wir große Änderungen vorgenommen haben von einer einfachen Aufzählungsliste zu einem ordentlichen Text, den man sehen kann. Wir haben den ganzen, sagen wir mal, Bildplan, der dahinter liegt, das ganze Mechanismus, wie wir ein solches Curriculum tatsächlich produzieren, verbessert, sodass wir jetzt schneller auf Releases oder schneller Releases bringen können. Aber im Moment sind es wahrscheinlich eher Patches. Also so eine Version 5.0.1 oder 5.1 und 5.2 würden schneller gehen. Ich nehme aber an, dass wir zukünftig so einmal im Jahr versuchen, das Curriculum zu aktualisieren mit einem Major Release. Wir haben heute Morgen in der Keynote ja gehört, dass das Curriculum mittlerweile öffentlich zugänglich auf GitHub liegt. Wie ist da denn die Community-Arbeit geplant bezüglich der Community? Also sollen wir da auch Fragen stellen? Darf jeder da Fragen einreichen zu oder Themen einreichen? Was für eine Planung steht dahinter? Ja, also die Fragen sind nicht so ganz einfach, die wir da stellen, also die wir für die Prüfung stellen. Und es ist vor allen Dingen auch nicht einfach, sinnvolle Fragen zu kriegen oder sinnvolle Fragen zu generieren, die einen Mehrwert für den Architekten bieten, beziehungsweise die auch tatsächlich dem Prüfungsanspruch genügen. Wenn wir Fragen haben, die jeder ohne Training beantworten könnte, dann sind sie für uns schon nicht interessant. Aber die Fragen zu finden, da würde es helfen, wenn jeder mitspielt. Fragen zum Curriculum selbst und Themen, die wir haben, die wir sagen, die Community sagt, die Öffentlichkeit sagt, das ist jetzt wichtig, das würden wir uns auch gern vom ISAQB wünschen, die können wir dann über GitHub einreichen. Ja, aber natürlich. Dafür ist es ja so eine offene Plattform. Okay, und wie funktioniert das dann? Dann würde die Gruppe das übernehmen und intern dann diskutieren, wie du es eben angesprochen hast, in einer Arbeitsgruppe. Also wie ist das strukturiert im ISAQB? Ja, also es ist dann der ISAQB, ich weiß gar nicht, wir sind glaube ich insgesamt 40, 45 Mitglieder inzwischen. Wir würden die Fragen, die an das Curriculum-Team oder an das Foundation-Level-Team gestellt werden, natürlich nicht im ganzen Verein diskutieren. Da würden wir nicht fertig, sondern es gibt halt Arbeitsgruppen für unterschiedliche Themen, für Marketing, für Hochschularbeit, für Advanced-Level und eben auch für das Foundation-Level. Und diese Arbeitsgruppen sind so circa zehn Menschen groß und in dem Rahmen wird das dann diskutiert und wird dann erarbeitet, wie man Antworten auf diese Fragen stellt oder zur Verfügung stellt, beziehungsweise wie die Fragen oder Anregungen in ein Curriculum oder in die Prüfungsfragen aufgenommen werden. Diese Themen, die haben ja dann auch irgendwo einen gewissen Anerkennungswert. Es ist ja irgendwo ein Standard auch mittlerweile geworden durch viel Hochschulanerkennung, durch Firmenanerkennung, durch wirtschaftliche Anerkennung. Wenn jetzt ein neues Thema kommt, wird das dann erst erprobt oder wie läuft das dann? Ja, das ist mit dem Grund, warum ich überhaupt in den IS-AQB eingetreten bin, weil ich es wichtig finde, dass also Menschen, die sich mit IT-Architektur befassen oder mit IT-Architektur arbeiten müssen, die gleiche Sprache sprechen und eine gewisse Grundausbildung haben. Und die Leute, die IT-Architektur arbeitende brauchen, also Unternehmen, die irgendwie Software entwickeln wollen oder ihre Software auf dem aktuellen Stand haben wollen, die einstellen, sich auch auf so eine Ausbildungslevel und auf so eine Qualifikation verlassen können. Neue Themen, neue Hype-Themen wie Blockchain, was ja schon nicht mehr so richtig Hype ist, aber Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz, Maschinenlernen und solche Dinge übernehmen wir auch gerne ins Curriculum und auch gerne in die Prüfungsfragen. Allerdings sind wir, wir sind halt Architekten, da eher zurückhalten. Wir springen nicht auf jeden Hype-Zug sofort auf, sondern gucken mal, wie so die Entwicklung ist. Und das ist auch für das Leben eines Architekten, für die Grundausbildung eines Architekten nicht immer notwendig, dass man da sofort alles im tiefsten Detail verstanden hat. Wir sprechen das und die Trainingsprovider und auch wir in den Runden, wenn wir auf so Veranstaltungen wie dieser Tag sind, durchaus an. Und wir sind auch sicher, dass es als Architekt notwendig ist, dass man sich mit solchen neuen Themen beschäftigt. Aber wie gesagt, zur Grundausbildung gehört das nicht zwangsläufig. Da ist es viel wichtiger, dass man so ein paar allgemeine, schon seit ziemlich langer Zeit existierende Prinzipien in der Architekturarbeit kennt. Architekturentscheidungen etc. Sehr schön. Herzlichen Dank für den Einblick in den ISAQB. Abschließend noch die Frage, wir sind ja vom Verein aus immer wieder auf Mitgliedersuche. Was würdest du abschließend sagen, um die Leute zu motivieren, in dem ISAQB mitzuwirken oder uns zu unterstützen? Die Mitarbeit im ISAQB macht sehr viel Spaß, weil man zwar Architekten, also eigentlich vermeintlich eine homogene Gruppe von Menschen trifft, die sich irgendwie alle mit IT-Architektur beschäftigen. Aber wenn man dann mit den Leuten mal zusammenkommt, stellt man fest, man ist doch völlig unterschiedlich. Und der Austausch zwischen den Leuten ist sehr anregend und macht fürchterlich viel Spaß. Und die Veranstaltungen, die wir haben, wenn wir unsere Mitgliederversammlung haben oder eine Open Space Veranstaltung haben, sind einfach großartig. Und es hilft, glaube ich, allen, wenn wir eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis von Softwarearchitektur entwickeln können. Micha, herzlichen Dank. Gerne.